Freundinnen und Freunde der Sterne, liebe Community, wir haben es geschafft. Ein schwieriges Jahr geht zu Ende und tatsächlich versprechen die Sterne Besserung für 2023. Was bringt das neue Jahr für euch persönlich, für eure Beziehungen, eure berufliche Ausrichtung und auch gesundheitlich? Das erfahrt ihr in diesem Video und Podcast. Herzlich Willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologie-Kanal und Podcast. Hier kommt das Jahreshoroskop 2023 für die 12 Sternzeichen. Die Themen Liebe, Familie und Freundschaften, Karriere und Finanzen sowie Gesundheit und Spiritualität. Die Timecodes, wann jedes Sternzeichen beginnt, findet ihr unten in der Videobeschreibung unter dem Horoskope-Shop. Die Trends für die 12 Sternzeichen basieren auf unserem Jahrbuch 2023, das ich zusammen mit meinem Mann, dem Wirtschaftsastrologen Ray Merriman, auf Deutsch und Englisch veröffentlicht habe. Dort findet ihr auf über 240 Seiten die vertiefte psychologische Deutung eurer Jahrestendenzen und, ganz wichtig, die Highlights und kritischen Phasen des Jahres. Nützlich ist auch der kosmische Überblick, wann die Planeten das Sternzeichen wechseln, wann der Merkur rückläufig wird und was sonst noch wichtig ist. Das benutze ich auch selber immer bei meiner Arbeit zum Nachschlagen. Wenn ihr euch besonders für die Wirtschafts- und Finanztrends des neuen Jahres interessiert, empfehle ich euch Rays Buch Voraussagen für 2023 mit Prognosen für die weltweiten Aktienmärkte, Politik, Finanzen, Gold, Silber, Rohöl und vieles mehr. Alle Infos zu unseren gesammelten Werken findet ihr hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Ergänzend zu eurem Jahreshoroskop für die 12 Sternzeichen erscheint in wenigen Tagen auch noch ein Video mit dem Ausblick für 2023, in dem ich ausführlich auf die Zeichen der Hoffnung eingehe. Es gibt nämlich deutliche Hinweise, dass ab dem Frühling auf vielen Ebenen eine spürbare Besserung und Erleichterung eintreten wird. Und ein Geschenk habe ich auch noch für euch. Ich verlose eine persönliche schriftliche Jahresvorschau als PDF. An der Verlosung nehmt ihr teil, indem ihr meinen Kanal abonniert und, ganz wichtig, das Glöckchen für die Benachrichtigungen aktiviert, damit ihr auch in Zukunft kein Video verpasst und immer über eure astrologischen Tendenzen informiert seid. Wer gewonnen hat, das gebe ich in dem Video für den Januar 2023 bekannt. Also macht schnell mit! Jetzt kann es losgehen mit euren Jahreshoroskopen und wir beginnen mit den Wiedergeborenen und Wiederaszendenten. Ein Tipp noch, wenn ihr euch in eurem Sternzeichen-Video nicht wiederfindet, schaut euch doch gerne auch das Zeichen eures Aszendenten an. Auch darin findet ihr wahrscheinlich wertvolle Informationen für euch. Hallo, ihr fabelhaften Wiedergeborenen und Wiederaszendenten! Eure persönliche Hochphase mit Glücksplanet Jupiter dauert noch bis zum 16. Mai 2023 an. Danach zieht der Wohltäter weiter in euer kosmisches Geldhaus. Das ist ebenfalls vielversprechend. Trotz aller wirtschaftlichen Sorgen, die uns zurzeit beschäftigen, dürft ihr damit rechnen, dass ihr gut durch das Jahr kommt. Ab Mitte des Jahres wandert Schicksalsanzeiger Mondknoten durch den Widder. Das ist ein Zeichen, dass sich euer Leben durch wichtige neue Beziehungen erweitert. Nicht nur privat, sondern auch beruflich. In der Liebe und euren Beziehungen dürft ihr euch auf gute Zeiten freuen. Ihr seid unternehmungslustig und optimistisch und steckt damit auch eure Liebsten an. Wenn ihr was Tolles vorhabt, macht doch Vorschläge und organisiert was. Andere ziehen bestimmt gerne mit, besonders im Februar, März und Juni. Wenn ihr Single seid, habt ihr gute Chancen, jemanden kennenzulernen, denn ihr versprüht Optimismus und habt eine tolle Ausstrahlung. Außerdem geht ihr mutig auf andere zu. Gleichzeitig verleiht euch Chiron, der verwundete Heiler, Nachdenklichkeit und Tiefe. Ihr macht euch viele Gedanken darüber, was euch Partnerschaft bedeutet, wie viel Raum ihr für euch selbst braucht und wie ihr euch die Zukunft vorstellt. Das wirkt inspirierend auf andere und ihr lasst euch auch selbst gern inspirieren. Besonders prickelnde Zeiten zum Flirten habt ihr im März, Juni, Ende Juli bis Mitte August, September und Oktober. Eure Freundschaften bleiben im neuen Jahr stabil. Ihr habt einen schönen Freundeskreis mit Menschen, auf die ihr euch langfristig verlassen könnt. Für die Geborenen der zweiten Dekade könnte es in der Familie einen Konflikt mit dem Vater oder Autoritätsfiguren geben. Vielleicht tretet ihr aber auch selbst zu streng und autoritär auf, sodass sich eure Lieben mit euch nicht recht wohl fühlen. Achtet da mal drauf. Im März ist eine besonders gute Zeit, um hier eine Aussprache oder Heilung herbeizuführen. Ab Mitte Juli wandert Schicksalsanzeiger Mondknoten für die kommenden eineinhalb Jahre durch euer Zeichen und ihr zieht Menschen an wie ein Magnet. Es könnte auch Familienzuwachs geben, ein Kind, ein Enkelchen oder auch durch die Hochzeit eines Familienmitglieds. Den Juli über habt ihr eine besonders schöne Zeit mit Töchtern und Söhnen, sei es, dass sie euch durch besondere Leistungen stolz machen oder dass ihr gemeinsam mit ihnen ein Urlaubsabenteuer besteht. Vorsicht im November, da könnte es einen Streit ums Geld oder Erbschaftsangelegenheiten geben. Wenn ihr das klären könnt, werdet ihr zu Weihnachten einen schönen Zusammenhalt erleben. Für eure Karriere bietet die erste Jahreshälfte gute Chancen, die ihr unbedingt ergreifen solltet. Wenn ihr für ein Unternehmen tätig seid, stehen Beförderungen an. Falls ihr im Verkauf oder auf Provisionsbasis arbeitet, habt ihr Aussicht auf großzügige Prämien. Ein Schlüssel zu eurem Erfolg liegt in eurer Fähigkeit, ein starkes und unterstützendes berufliches Netzwerk aufzubauen. Daraus ergeben sich Aufstiegschancen oder Zusatzverdienste. Für einige von euch zeigt Chiron, der verwundete Heiler, sensible Erfahrungen in der Karriere an. Dadurch könntet ihr euch wie ein Außenseiter fühlen. Werdet ihr bei allen Entscheidungen mit einbezogen und bezieht ihr auch alle mit ein, mit denen ihr arbeitet? Seid da aufmerksam. Pflegt den Kontakt mit wichtigen Leuten, um auf dem Laufenden zu bleiben. Und achtet darauf, dass eure Beziehung zu Vorgesetzten positiv und respektvoll ist. Das betrifft vor allem die Geborenen der zweiten Dekade. Für alle Widder gilt, interessante Menschen, die besonders nach dem 12. Juli in euer Arbeitsumfeld eintreten, auf die solltet ihr achten, denn sie können einen großen, wahrscheinlich positiven Einfluss auf eure Zukunftspläne haben. Solche neuen Kontakte können euch auf eurem Karriereweg voranbringen. Außerdem erhaltet ihr in der zweiten Jahreshälfte viel Lob und Anerkennung und könnt eure Kompetenzen ausbauen. Scheut euch nicht, neue Fähigkeiten von großartigen Lehrerinnen und Lehrern zu lernen. Mitte Juli bis Ende August solltet ihr euch auf mehr Arbeit einstellen. Vielleicht müsst ihr eine unerwartete Urlaubsvertretung übernehmen. Finanziell dürfte es trotz allgemeiner Probleme für euch ein gutes Jahr werden. Euer Vermögen oder Einkommen kann wachsen. Ihr seid selbstbewusst und bereit, Risiken einzugehen. Wenn ihr spekuliert, müsst ihr aber auf euer Timing aufpassen. Die Kunst besteht darin, zu erkennen, wann eine Position ihren Maximalwert erreicht hat und den Gewinn mitzunehmen, bevor es zu spät ist. Gesundheit und Spiritualität Was eure Gesundheit angeht, so startet ihr dank Wohltäter Jupiter in eurem Zeichen mit einem großen Kraftpaket ins Jahr 2023. Mitte Januar wird auch der Mars endlich wieder direktläufig und das dürfte euch zusätzlich Schwung verleihen. Im ersten Quartal seid ihr wahrscheinlich sehr aktiv, zum Beispiel auf Reisen oder beim Wintersport. Gleichzeitig befindet ihr euch schon seit einiger Zeit auf einer inneren Reise der Erkenntnis. Wo geht diese Reise hin? Chiron, der verwundete Heiler, der schon seit 2019 in eurem Zeichen steht, hilft euch, Brücken zwischen eurer sensiblen und eurer feurigen Seite zu bauen. Nur weil ihr mutig seid, heißt das nicht, dass ihr keine Angst oder Schwäche haben dürft. Und vielleicht freut sich euer Umfeld auch, wenn ihr trotz eures großen Stolzes einmal Unsicherheit zulasst. In den Sommermonaten ist das wahrscheinlich kein Thema, da sprudelt ihr vor Lebenslust und Vidalität. Aber in der zweiten Augusthälfte, Ende September und Mitte November zeigt sich eure nachdenkliche Seite. Im Dezember lauft ihr nochmal zur Hochform auf. Das Metall Eisen und die Farbe Rot entsprechen der Kraft eures Zeichenherrschers Mars. Deshalb ist der Rubin ein kraftspendender Heilstein für euch. Das waren eure Tendenzen für 2023. Mehr und tiefer gehende Einzelheiten erfahrt ihr in unserem Jahrbuch. Und ganz wichtig, dort findet ihr auch alle Highlights und kritischen Phasen des Jahres für die Liebe, die Karriere und eure Gesundheit. Im kosmischen Überblick könnt ihr jederzeit nachschlagen, wann der Merkur rückläufig wird und wann die Planeten die Zeichen wechseln. Wenn ihr euch für die finanziellen und geopolitischen Tendenzen des Jahres interessiert, möchte ich euch außerdem Ray Merrimans Buch Voraussagen für 2023 ans Herz legen. Darin erfahrt ihr die Aussichten für die Aktienmärkte, Währungen, Gold, Silber, Getreide, Rohöl, die Zinsentwicklung und vieles mehr. Alle Infos zu unseren Büchern findet ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Wir wünschen euch ein besseres, friedlicheres und glückliches neues Jahr und alles Gute mit den Sternen. Hallo ihr fabelhaften Stiergeborenen und Stieraszendenten. Auch 2023 heißt es für viele von euch, raus aus der Komfortzone. Die Aufregungen in eurem Leben halten an. Mal ist es unglaublich spannend, aufregend und ein einziger Traum, mal ist es anstrengend. Uranus, der große Veränderer, mischt den Stier schon seit 2018 kräftig auf. Während er in eurem Sternzeichen voranschreitet, werdet ihr euch letztlich entscheiden. Für mehr Freiheit oder mehr Sicherheit. Vielleicht habt ihr sogar das Glück und findet einen Weg, wie ihr beides verbinden könnt. Freiheit und dennoch das Gefühl von Sicherheit. Euer Liebes- und Beziehungsleben ist aufregend, denn ihr interessiert euch mehr als je zuvor für neue, spannende Leute. Schon im Februar sowie von Mitte März bis Mitte April verspürt ihr prickelnde Frühlingsgefühle. In euren Freundschaften ist gegenseitige Hilfe und Unterstützung ein großes Thema. Falls ihr euch karitativ engagiert, könnt ihr dabei tolle Leute treffen und für Singles bieten sich gute Gelegenheiten zu flirten. Festliierte Stiergeborene haben es in ihren Partnern in den vergangenen beiden Jahren nicht immer leicht gemacht. Doch spätestens ab dem Frühjahr wächst euer Zusammenhalt und ihr entdeckt wieder neu, was ihr aneinander habt. Nutzt den März oder Wonnemonat Mai, um euer gemeinsames Glück zu feiern. Ab dem 16. Mai bekommt ihr für zwölf Monate Besuch von Wohltäter Jupiter. Das bedeutet, die Menschen suchen eure Nähe und interessieren sich für das, was ihr zu sagen habt. Ihr seid beliebt und erhaltet viele Einladungen. Daraus können sich alle Arten von Beziehungen entwickeln. Persönliche und private, ebenso wie interessante berufliche Kontakte oder inspirierende Freundschaften. Euer Familienleben kann sich zeitweise unruhig gestalten. Denn hier bekommt ihr vom 8. Januar bis zum 3. Oktober Besuch von der wilden Göttin Lilith. Das bedeutet, wenn ihr Töchter habt, bestehen sie wahrscheinlich auf mehr Freiraum und Unabhängigkeit. Es kann auch anstrengend sein, sich mit einer Mitbewohnerin oder der Vermieterin zu einigen. Oder ihr fühlt euch in eurer Wohnsituation eingeengt. Wenn euch Frauen dann herausfordern, lohnt es sich zu überlegen, was machen diese Frauen, was ich eigentlich am liebsten selbst täte, mich aber nicht traue, weil ich zu bequem bin oder zu angepasst. Der Sommer kann ziemlich aufregend werden, denn Liebesgöttin Venus wird zwischen dem 23. Juli und 4. September rückläufig. In der Zeit können sich eure Vorstellungen von Beziehungen und gemeinsamen Werten verändern. Vielleicht taucht auch eine Person wieder auf, mit der ihr in der Vergangenheit schon einmal eine Beziehung hattet und da ist noch was offen. Bei wichtigen Liebesentscheidungen solltet ihr auf jeden Fall möglichst abwarten bis nach dem 4. September. Ab Oktober genießt ihr dann Zusammenhalt und Romantik auf allen Ebenen. Gönnt euch doch einen Herbsturlaub oder zumindest ein Wellnesswochenende zu zweit. Euer Nachwuchs macht euch dann auch Freude und die Verbindung ist wieder ungetrübt. Zu Weihnachten sind Zärtlichkeit und Romantik großgeschrieben und so mancher Single unter euch feiert Silvester wahrscheinlich mit einer neuen Flamme. Beruflich habt ihr dieses Jahr viel vor. Ihr müsst Entscheidungen treffen und Chancen berücksichtigen, die sich plötzlich ergeben. Aber keine Sorge, alles, was ihr als vorteilhaft und angemessen erachtet, kann sehr gut funktionieren. Ihr habt gute Pläne und fabelhafte neue Geschäftsmöglichkeiten, aber ihr müsst sie auch ergreifen und euren Worten Taten folgen lassen. Möglicherweise arbeitet ihr mit anderen an einem großen Projekt, das finanziell sehr erfolgreich sein kann. Dadurch steigt euer Einfluss und euer Handlungsspielraum erweitert sich. Finanziell sieht es trotz Wirtschaftskrise gut für euch aus. Die zweite Februarhälfte wäre ideal, um nach einer Gehaltserhöhung zu fragen oder geldwerte Zusatzleistungen zu erhalten. Auch Mitte April schlagt ihr euch in Verhandlungen sehr gut. Ab dem 16. Mai bringt Wohltäter Jupiter neue Verdienstmöglichkeiten. Auch könnt ihr Gewinne aus dem Verkauf von Investitionen erzielen. Aber auch euer Arbeitseinsatz und die Bereitschaft, neue und innovative Techniken anzuwenden, werden sich auszahlen. Im September lohnt sich voller Einsatz. Ihr könnt dadurch zum Beispiel eine Verbesserung der Arbeitsbedingungen erreichen oder ein neues lukratives Jobangebot annehmen. Gesundheit und Spiritualität Grundsätzlich ist euer Naturell heiter und robust, aber die ständigen Veränderungen und Neuerungen der letzten beiden Jahre haben euch einige Nerven gekostet. Im ersten Quartal des Jahres, besonders im Februar, kann es nochmal anstrengend werden, weil sich Pläne und Anforderungen ändern. Lasst euch im Terminkalender Platz für Pausen und Genuss. Ab Mitte Mai steigt eure Vitalitätskurve spürbar an. Der Besuch des optimistischen Jupiters wirkt positiv auf Körper und Geist. Alle Maßnahmen, die der Regeneration und Steigerung des Wohlbefindens dienen, sprechen in den nun folgenden zwölf Monaten besonders gut an. Zum Beispiel eine Kieselerdekur für schönes, volles Haar, denn Jupiter bringt Fülle. Aber Achtung, das kann auch heißen Leibesfülle. Achtet beim Essen und Genießen auf Qualität und versucht, euer Gewicht zu halten. Das Jahr ist ungünstig für Diäten und Fasten. Euer Heilstein ist der wunderschöne Smaragd. Seine grüne Farbe unterstützt eure Liebe zur Natur. Seine Kostbarkeit stärkt euren guten Instinkt für Geld und Werte. Das waren eure Tendenzen für 2023. Mehr und tiefer gehende Einzelheiten erfahrt ihr in unserem Jahrbuch. Und ganz wichtig, dort findet ihr auch alle Highlights und kritischen Phasen des Jahres für die Liebe, die Karriere und eure Gesundheit. Im kosmischen Überblick könnt ihr jederzeit nachschlagen, wann der Merkur rückläufig wird und wann die Planeten die Zeichen wechseln. Wenn ihr euch für die finanziellen und geopolitischen Tendenzen des Jahres interessiert, möchte ich euch außerdem Ray Merrimans Buch Voraussagen für 2023 ans Herz legen. Darin erfahrt ihr die Aussichten für die Aktienmärkte, Währungen, Gold, Silber, Getreide, Rohöl, die Zinsentwicklung und vieles mehr. Alle Infos zu unseren Büchern findet ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Wir wünschen euch ein besseres, friedlicheres und glückliches neues Jahr und alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Zwillingegeborenen und Zwillinge-Ascendenten. 2023 dürfte ein bedeutendes Jahr werden, in dem ihr neue Projekte und einen neuen Lebensabschnitt beginnen könnt. Ihr startet mit viel Marsenergie ins Jahr und der Powerplanet bleibt noch bis zum 25. März in eurem Zeichen. Projekte, die im letzten Herbst etwas ins Stocken geraten waren, nehmen ab Mitte Januar wieder Fahrt auf. In der Liebe macht euch Mars im ersten Quartal des Jahres lustvoll und mutig. Selbstbewusstsein erhaltet ihr bis Mitte Mai auch durch Glücksplanet Jupiter. Falls ihr bisher oft schüchtern wart und nicht recht wusstet, wie ihr euch jemandem annähern sollt, verspürt ihr nun mehr Mut und seid auch geistig angeregt, um ins Gespräch zu kommen. Das hilft natürlich auch den Singles unter euch beim Flirten und Anbandeln. Besonders verführerisch sind dahingehend die Monate Februar, April, Juni und September. Eine lustvolle und kuschelige Phase ist auch der November. Die Festliierten unter euch sollten im ersten Quartal noch ihre Zunge ein wenig hüten, nicht dass in einem Streit verletzende Worte fallen. Setzt stattdessen auf Humor und Leidenschaft, denn im neuen Jahr könnt ihr noch mehr zueinander finden. Eure Bindung wird stärker und inniger. Gelegentlich solltet ihr aber auch ruhig mal jeder für sich was unternehmen, dann habt ihr euch nachher mehr zu erzählen. Dabei hilft euch der neue Transit von Lilith. Die wilde Göttin inspiriert euch, von Januar bis September den Austausch mit interessanten Menschen zu suchen. Das kann nicht nur neue Flirts stiften, sondern auch euer berufliches Leben anregen. Denn ihr hört Ansichten und bekommt Informationen, die euch zu denken geben. Vor allem spannenden Frauen gelingt es, eure innere, wilde und freiheitsdurstige Seite zum Klingen zu bringen. In der Familie ist der Zusammenhalt gefordert. Das kann auch daran liegen, dass einzelne Familienmitglieder mit äußeren Hindernissen und Herausforderungen zu kämpfen haben. Besonders im August und September. Ab Oktober müsst ihr euch wohl öfter mit Töchtern oder Mitbewohnerinnen auseinandersetzen. Sie wollen dann ihre eigenen Wege gehen und sich nicht unbedingt an die Familienregeln halten. Da müssen dann faire Absprachen her. Aufpassen müsst ihr zum Jahresende. Da kann es zu Missverständnissen kommen. Plant eure Feiertage am besten bis Mitte Dezember. Beruflich startet ihr voller Schwung ins neue Jahr. Ab Mitte Januar könnt ihr Projekte, die im Herbst zuvor ins Stocken geraten waren, zu einem erfolgreichen Abschluss bringen. Das bringt euch Respekt ein und andere werden euch in Zukunft mehr Verantwortung und mehr Autorität anvertrauen. Ihr könnt sogar eine Leitfigur für jemanden werden oder umgekehrt von jemandem profitieren, der für euch ein Mentor oder eine Mentorin sein kann. Ab März kommen mehr Aufgaben und größere Verantwortung auf euch zu. Dann nämlich geht Prüfungsplanet Saturn in euer kosmisches Karrierehaus und ihr müsst zeigen, was ihr drauf habt. Aber achtet genau darauf, ob ihr euch neuen Aufgaben auch wirklich gewachsen fühlt, bevor ihr sie annehmt. Wenn nicht, ist es besser, auf Sicherheit zu spielen und genau das zu tun, was ihr auch bewältigen könnt. Saturn wird für die kommenden zwei Jahre einen herausfordernden Aspekt zu euch bilden. Das bedeutet, ihr müsst eure Pflichten und Projekte ernst nehmen und sorgfältige und zuverlässige Arbeit leisten. Möglich auch, dass euch Vorgesetzte oder Behörden Steine in den Weg legen. Das müsst ihr dann wie eine Art kosmischen Test sehen. Glaubt ihr an das, was ihr tut? Dann wird euch die Bewältigung solcher Hindernisse auf eurem Weg nur noch stärker machen. Wenn ihr aber dadurch feststellt, dass ihr gar nicht wirklich hinter dem steht, was ihr tut, solltet ihr euch nach anderen Tätigkeitsfeldern umsehen. Günstig dafür ist die zweite Februarhälfte, ebenso der Juni und die Zeit von Mitte September bis Mitte Oktober. Wichtig ist auch, dass ihr eure Ungeduld zügelt. Euer Geist ist schnell und eure Ideen sind fantastisch, doch die Umsetzung braucht Zeit. Denkt langfristig und nachhaltig. Ebenfalls wichtig sind Transparenz und Vertrauen. Verhaltet euch ehrlich und integer und achtet darauf, dass auch die Menschen, mit denen ihr zusammenarbeitet, vertrauenswürdig sind. Auf euer Geld solltet ihr aufpassen. Im ersten halben Jahr kommt noch einiges herein und von März bis Juli könnt ihr euer Konto aufstocken. In der zweiten Jahreshälfte müsst ihr wahrscheinlich einige Verpflichtungen bedienen. Legt euch dafür etwas zurück. Sachlichkeit, Planung und Strategie sind gute Ratgeber, um im Plus zu bleiben. Und ein ordentliches Haushaltsbuch hilft, den Überblick zu behalten. Spekulationen funktionieren am ehesten im ersten Quartal des Jahres. Danach solltet ihr eure Risikobereitschaft reduzieren. Gesundheit und Spiritualität Ihr startet voller Ideen und Inspirationen ins neue Jahr. Bis Mitte Januar braucht ihr vielleicht noch etwas mehr Schlaf und Ruhe, aber danach habt ihr eine kraftvolle Phase von Februar bis April. Das ist auch eine gute Zeit, um Gewohnheiten zu ändern, etwa mit dem Rauchen aufhören oder mehr Sport treiben. Was nehmt ihr euch vor? Ab März beginnt der neue Transit von Saturn. Das heißt, die Anforderungen an eure Arbeit, aber auch im Privatleben können steigen und ihr müsst eure Kräfte gut einteilen. Achtet auf einen gesunden Ausgleich zwischen Arbeit, Ruhezeiten, Freizeit und Spiritualität. Und sehr wichtig ist ein erholsamer Schlaf. Es hilft, möglichst immer zur gleichen Zeit schlafen zu gehen und eine Stunde vorher auf Handy, Fernseher und Tablet zu verzichten. Dabei unterstützt euch der Bernstein, der Heilstein eures Luftelementes. Er spendet Energie bei Hektik, Konzentrationsmangel und unruhigen Zeiten. Das waren eure Tendenzen für 2023. Mehr und tiefer gehende Einzelheiten erfahrt ihr in unserem Jahrbuch. Und ganz wichtig, dort findet ihr auch alle Highlights und kritischen Phasen des Jahres für die Liebe, die Karriere und eure Gesundheit. Im kosmischen Überblick könnt ihr jederzeit nachschlagen, wann der Merkur rückläufig wird und wann die Planeten die Zeichen wechseln. Wenn ihr euch für die finanziellen und geopolitischen Tendenzen des Jahres interessiert, möchte ich euch außerdem Ray Merrimans Buch Voraussagen für 2023 ans Herz legen. Darin erfahrt ihr die Aussichten für die Aktienmärkte, Währungen, Gold, Silber, Getreide, Rohöl, die Zinsentwicklung und vieles mehr. Alle Infos zu unseren Büchern findet ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Wir wünschen euch ein besseres, friedlicheres und glückliches neues Jahr und alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Macht euch nicht so viele Sorgen. Es stimmt schon, als Gesellschaft haben wir derzeit mit vielen Widrigkeiten zu kämpfen. Und ihr, als soziale Wesen mit viel Gemeinsinn, denkt häufig darüber nach, wie nun alles werden soll. Doch ihr habt Grund zum Optimismus. Die Erfolgsplaneten Jupiter und Saturn stärken euch ab dem Frühjahr den Rücken. Ihr seid nicht alleine. Gemeinsam mit eurer Familie, euren Lieben, vertrauten Kolleginnen und Kollegen oder auch mit der Rückendeckung durch Gleichgesinnte wird euch vieles gelingen, was ihr euch vornehmt. Für eure Liebe und Beziehungen habt ihr viele günstige Einflüsse. Die Festliierten unter euch und auch diejenigen, die vor kurzem jemandem zum Lieben gefunden haben, können in den nächsten beiden Jahren die Beziehung festigen und vertiefen. Außerdem dürfte sich euer Freundeskreis erweitern. Ihr seid eben überall gern gesehene Gäste. Im zweiten Halbjahr lernt ihr außerdem den Wert guter Freundschaften zu schätzen. Von Menschen, die ihr mögt, erhaltet ihr Inspiration und Hilfe. Gleich im Januar erwartet euch eine Phase mit romantischen Liebesüberraschungen und kuscheligen Momenten. Und wer keinen Partner hat zum Kuscheln, der kann nur niemanden kennenlernen. Im März kann sich euer sozialer Kreis erweitern und Singles können neue Flirts anfangen. Im April droht allerdings etwas Liebeskummer, vielleicht weil ihr euch schnell angegriffen fühlt. Nehmt die Sache nicht persönlich. Der Mai ist für euch ein wahrer Wonnemonat. Der Juni ist sehr gesellig, aber im Juli könnte es ein paar bittersüße Momente geben. Dann denkt ihr vielleicht wehmütig an eine vergangene Liebe zurück. Eine lustvolle Zeit habt ihr dann wieder im Oktober. Und wenn ihr im Dezember noch Single seid, hält der Kosmos zum Jahresende nochmal neue Flirtschancen für euch bereit. Euer Familienleben ist von Mai bis Oktober stark angeregt und neue Entwicklungen halten euch in Atem. Etwa weil eins eurer Kinder heiratet, weil ihr eine aufregende neue Anschaffung für die ganze Familie tätigt oder weil ein schwarzes Schaf endlich wieder integriert werden kann. Im Juli deutet sich die Heilung eines Familienzwists oder eine Wiedervereinigung an. Dann müsst ihr dranbleiben, denn das wird euch eine Weile beschäftigen. Im November kann die Angelegenheit nochmal auf dem Prüfstand stehen, aber zu Weihnachten herrscht Harmonie pur. Beruflich habt ihr eine vielversprechende Phase vor euch, weil die beiden großen Erfolgsplayer Saturn und Jupiter förderliche Aspekte für euch bilden. Wahrscheinlich habt ihr unlängst neue Aufgaben übernommen oder steht kurz davor, dies zu tun. Das wird sich auf jeden Fall positiv auf eure Zukunft auswirken. Glaubt an eure Vorhaben, denn ihr habt alles gut durchdacht und seid bereit, euch dafür einzusetzen. Achtet im ersten halben Jahr darauf, nicht zu ungeduldig zu sein, wenn noch Vorbereitungen abgeschlossen werden müssen. Ab März merkt ihr wahrscheinlich schon, wie die Dinge sich fügen und zusammenpassen. Und ab Mai verstärkt sich dieser kosmische Rückenwind. Besonders, wenn ihr in einem beruflichen Netzwerk arbeitet, Gruppen unterrichtet, Vorträge haltet oder euch politisch und gesellschaftlich engagiert, werdet ihr viele Erfolgserlebnisse haben. Ebenso, wenn ihr mit sozialen Medien arbeitet. Auch die Krebsgeborenen, die mit IT oder Computertechnik arbeiten oder auch Astrologie studieren, werden nicht nur Spaß haben und tolle Leute kennenlernen, sondern auch erfolgreich sein und die Chance erhalten, damit auch gutes Geld zu verdienen. Wenn ihr starke Ambitionen habt, können euch manche Entscheidungen allerdings unter die Haut gehen. Große Vorhaben können Opfer erfordern. Dann müsst ihr entscheiden, ob euch eure Karriere das wert ist. Finanziell sieht es insgesamt gut für euch aus. Besonders ab Mitte Mai, da habt ihr Wohltäter Jupiter auf eurer Seite. Ihr werdet energischer, wenn es um euer Vermögen geht. Ihr handelt gezielter und ihr lasst euch auch nicht über den Tisch ziehen. Ihr könnt auch eure Kreativität nutzen, um die Kasse aufzubessern. Ein besonderes Händchen habt ihr für Immobilien und bei Ausbildungs- und Technologieprojekten. Und wenn ihr in den sozialen Medien arbeitet, dann findet ihr einen Weg, eure Beliebtheit zu Geld zu machen. Nur im Juli und August ist Zurückhaltung angesagt. Da könnte es zu finanziellen Neubewertungen oder Rückziehern kommen. Davon abgesehen, investiert ihr sinnvoll in die Zukunft. Gute Nachrichten gibt es auch für eure Gesundheit und Spiritualität. Das Leben kommt wieder in den Fluss. In den letzten Jahren habt ihr vermutlich immer wieder durch Rückzug eure zarte Seele schützen müssen. Doch der Kosmos verhilft euch nun zu mehr mentaler Stärke und eure Psyche ist stabil. Für euren Körper könnt ihr zusätzlich etwas tun. Euer Lymphsystem war auf Sparflamme gestellt, doch nun bekommt es wieder neuen Schwung durch mehr Bewegung und Achtsamkeit für die eigenen Bedürfnisse. Um diesen schönen Fluss des Lebens anzuregen, könnt ihr mit sanftem Sport wie Yoga oder Tai-Chi nachhelfen. Auch Tanzen oder Wandern in der Natur tut euch gut. Ende März bis Mitte April ist auch eine gute Zeit, um ein neues Fitnessprogramm zu starten. Falls ihr die Möglichkeit dazu habt, ist Schwimmen sehr förderlich für euch, denn das Wasser ist ja euer Element. Plant euren Sommerurlaub doch am Meer oder an einem See. Mit Verspannungen und unerklärlichen Zipperleien solltet ihr mal einen Osteopathen aufsuchen. Das kann euch sehr helfen. Gut für euren Spirit und eure Emotionen ist die Energie eures Heilsteins, des Aventurins. Er unterstützt besonders eure Herzenergie und verbindet euch mit der Kraft der Natur. Das waren eure Tendenzen für 2023. Mehr und tiefer gehende Einzelheiten erfahrt ihr in unserem Jahrbuch. Und ganz wichtig, dort findet ihr auch alle Highlights und kritischen Phasen des Jahres für die Liebe, die Karriere und eure Gesundheit. Im kosmischen Überblick könnt ihr jederzeit nachschlagen, wann der Merkur rückläufig wird und wann die Planeten die Zeichen wechseln. Wenn ihr euch für die finanziellen und geopolitischen Tendenzen des Jahres interessiert, möchte ich euch außerdem Ray Merrimans Buch Voraussagen für 2023 ans Herz legen. Darin erfahrt ihr die Aussichten für die Aktienmärkte, Währungen, Gold, Silber, Getreide, Rohöl, die Zinsentwicklung und vieles mehr. Alle Infos zu unseren Büchern findet ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Wir wünschen euch ein besseres, friedlicheres und glückliches neues Jahr und alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Löwegeborenen und Löwe-Ascendenten. Eure Zukunftspläne sind noch im Fluss, aber ihr startet das Jahr mit gutem Schwung. Die Liebesplaneten, die schenken euch besondere Momente, die ihr so schnell nicht vergessen werdet. Also richtet nochmal eure Mähnen, liebe Löwinnen und Löwen. 2023 wird euer inneres Feuer ordentlich anheizen. In der Liebe wird es aufregend, zärtlich und lustvoll. Drei spannende kosmische Kräfte beleben euer Sternzeichen, nämlich die wilde Lilith von Januar bis Oktober, Liebesgöttin Venus von Juni bis Oktober und im Juni auch noch der triebhafte Mars. Die Singles unter euch haben von Januar bis Oktober also praktisch durchgängig grandiose Möglichkeiten, neue Menschen kennenzulernen. Für die Festleierten unter euch entspannen sich partnerschaftliche Problemfelder. Falls ihr in den letzten beiden Jahren Beziehungskrisen durchlitten habt, dürft ihr euch auf ein harmonischeres 2023 freuen. Manche Paare sind durch die Krise stärker geworden als je zuvor. Solltet ihr euch aber getrennt haben, stellt ihr jetzt wahrscheinlich fest, dass ihr die neu gewonnene Freiheit genießt. Haltet auch nicht zu lang an einer Beziehung fest, von der ihr wisst, dass ihr euch nicht gut tut. Besonders heiß wird der Sommer, wenn die Kräfte der Liebe und Erotik das Löwezeichen mit Lust und Leidenschaft erfüllen. Das ist auch positiv für eure Selbstliebe. Die Singles unter euch können im Juni und Juli sehr verführerische Flirts und heiße Affären erleben. Wenn ihr festliiert seid, wünscht ihr euch dann mehr Freiraum, mehr Augenhöhe, mehr Abenteuer und nicht zuletzt auch mehr Lust und Erotik in eurer Partnerschaft. Gegebenenfalls müsst ihr auch der einen oder anderen Versuchung widerstehen. Dann obliegt es eurer Verantwortung und eurem Ehrgefühl, treu zu eurer Beziehung zu stehen, wenn sie euch etwas bedeutet. Vom 23. Juli bis 4. September wird Liebesgöttin Venus in eurem Zeichen rückläufig. In der Zeit könnte euch der Sinn danach stehen, eine alte Liebe zu reaktivieren. Vielleicht taucht auch eine verflossene Liebschaft wieder bei euch auf. Das kann natürlich heikel werden, wenn ihr dann bereits in einer neuen Beziehung seid. Im besten Falle könnt ihr aus Beziehungsfehlern der Vergangenheit lernen. Euer Familienleben ist harmonisch. Besonders im Frühjahr empfindet ihr die Verbindung zu euren Kindern als sehr schön. Die Beziehung zu euren Eltern könnte sich ab März entspannen, falls es vorher Schwierigkeiten gab. Im Sommer müsst ihr ein bisschen darauf achten, dass sich nicht alles nur um euch dreht, sonst könnte es im Oktober und November zu Konflikten kommen. Aber im Dezember rauft ihr euch wieder zusammen. In euren Freundschaften gab es im letzten Jahr ein Vor und Zurück und Anfang Januar tut sich noch nicht so viel. Aber ab Februar dürft ihr euch auf aktive und unternehmungslustige Zeiten in eurem Freundeskreis freuen. Beruflich startet ihr mit viel kosmischem Rückenwind ins Jahr. Fortbildung, berufliche Reisen und rechtliche Angelegenheiten sind erfolgversprechend. Ab Mitte Mai kommt mehr Unruhe in euren Karriereweg. Ihr müsst euch auf viele Wechsel und Veränderungen einstellen. Anfragen für eure Dienstleistungen oder Produkte können dann zum Beispiel von ganz unerwarteter Seite kommen. Nicht alles lässt sich perfekt planen, aber ihr könnt beruflich wachsen. Wer flexibel ist, kann es 2023 weit bringen. Wer an Altem festhält, wird jedoch Schwierigkeiten haben voranzukommen oder muss sogar mit Einbußen rechnen. Ab Mitte Mai erhaltet ihr Unterstützung, wenn es um eure berufliche Stellung geht. In den Sommermonaten dürft ihr mit interessanten Angeboten und Berufschancen rechnen. Gut möglich, dass die von Leuten kommen, mit denen ihr in der Vergangenheit schon mal zusammengearbeitet habt. Wenn es damals gut lief, solltet ihr das Angebot annehmen. Wenn ihr aber schlechte Erfahrungen mit der Person gemacht habt, überlegt euch gut, ob ihr es mit demjenigen wirklich nochmal versuchen wollt. Besonders günstige Geschäfte könnt ihr im Oktober abschließen und auch für Verhandlungen ist diese Zeit gut geeignet. Eine super kreative Phase habt ihr nochmal von Ende November bis Mitte Dezember. Finanziell bewegt ihr euch in einem soliden Mittelfeld. Wenn man die globale Wirtschaftssituation bedenkt, schlagt ihr euch gut, auch wenn manchmal zum Monatsende das Geld knapp werden kann. Für Selbstständige ergeben sich neue Wachstums- und Erfolgswege, aber die Einnahmen können unregelmäßig sein. Wenn ihr festangestellt seid, könnt ihr aufgrund eurer guten Leistungen eine Gehaltserhöhung erhalten, doch es kann zu unvorhergesehenen Ausgaben kommen. Deswegen ist es auf jeden Fall gut, wenn ihr möglichst etwas zur Seite legt. Gesundheitlich startet ihr mit guten Vitalkräften ins neue Jahr. Während der Sommermonate verstärken die Kräfte von Lilith und Venus eure feurige Seite, im Juni noch angeheizt von Powerplanet Mars. Lasst euch dann nicht unter Druck setzen und bewahrt einen kühlen Kopf. Es schont eure Nerven, wenn ihr euch in Gelassenheit übt. Auch durch schnelle und rhythmische Sportarten wie Capoeira, Zumba und Powerboxing könnt ihr diese Kräfte in gute Bahnen lenken. Die wilde Lilith kann euch auch inspirieren, kreativ zu werden und eure musischen Talente auszuleben. Körperliche Risiken sind im neuen Jahr kaum zu erkennen, außer in der zweiten Juni-Hälfte und Mitte November. Da solltet ihr besonders wachsam sein, um keine Unfälle oder Stürze zu erleiden. Plant dann keine komplizierten Vorhaben oder sportliche Risiken und lasst euch nicht hetzen. Der September wird ein richtiger Genussmonat für euch. Unterstützen kann euch euer Heilstein, der Diamant. Tragt ihn als Schmuck oder auch ungeschliffen, er fördert mentale Stärke und Konzentration. Das waren eure Tendenzen für 2023. Mehr und tiefer gehende Einzelheiten erfahrt ihr in unserem Jahrbuch. Und ganz wichtig, dort findet ihr auch alle Highlights und kritischen Phasen des Jahres für die Liebe, die Karriere und eure Gesundheit. Im kosmischen Überblick könnt ihr jederzeit nachschlagen, wann der Merkur rückläufig wird und wann die Planeten die Zeichen wechseln. Wenn ihr euch für die finanziellen und geopolitischen Tendenzen des Jahres interessiert, möchte ich euch außerdem Ray Merrimans Buch Voraussagen für 2023 ans Herz legen. Darin erfahrt ihr die Aussichten für die Aktienmärkte, Währungen, Gold, Silber, Getreide, Rohöl, die Zinsentwicklung und vieles mehr. Alle Infos zu unseren Büchern findet ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Wir wünschen euch ein besseres, friedlicheres und glückliches neues Jahr und alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Jungfraugeborenen und Jungfrau-Astendenten. Freut euch auf einen tollen Aspekt von Jupiter ab dem 16. Mai. Der Glücksplanet wird dann für ein Jahr aufbauende und erfolgversprechende Impulse in euer Sternzeichen senden. Auch Innovationsplanet Uranus steht günstig für euch und das langfristig. Das heißt, euch gehen die Ideen nicht aus und ihr werdet beruflich wie privat interessante Menschen treffen und vielversprechende Chancen erhalten. In der Liebe profitiert ihr von den erneuernden und belebenden Kräften des Uranus. Dadurch seid ihr offen für Neues und habt tolle Ideen, was auf andere Menschen faszinierend wirkt. Ab Mitte Mai fördert Glücksplanet Jupiter eure Beliebtheit und Ausstrahlung. Immer dann, wenn ihr eure Komfortzone verlasst und neue Horizonte auftut, könnt ihr interessante Leute treffen. Möglich sind auch Begegnungen mit Menschen aus fremden Kulturen, die euch faszinieren und bei denen ihr das Gefühl habt, sie trotz ihrer Fremdheit lange und gut zu kennen. Singles haben praktisch das ganze Jahr über gute Chancen ins Gespräch zu kommen, zu flirten und eine neue Liebschaft zu beginnen. Auch beruflich können sich auf Fortbildungen oder durch Geschäftsreisen inspirierende Kontakte ergeben. Einige von euch spüren, dass die Liebe immer noch ihre Geheimnisse hat und die wollt ihr nur zu gern erforschen. Eine Liebesangelegenheit, die noch unklar oder mysteriös war, kann im Februar geklärt werden. Ab März besucht der seriöse Saturn euer Partnerhaus. Das bringt nach einigen Jahren mit Unsicherheiten oder Unklarheiten wieder mehr Orientierung und Verbindlichkeit in euer Leben. Wenn ihr Single seid, kann das heißen, dass ihr euch bewusst für oder gegen jemanden entscheidet und diese Entscheidung nicht bereut. Wenn ihr fest liiert seid, werden sich Bedürfnisse und Interessen melden, die länger nicht berücksichtigt wurden und ihr habt die Gelegenheit, das, was euch fehlte, wieder stärker in die Partnerschaft einzubinden. Am 1. Oktober beginnt eine neue, spannende Phase. Dann geht die wilde Lilith in euer Zeichen und zwar bis Juni 2024. Sie weckt in euch den Wunsch, eure Gefühle und Bedürfnisse authentischer auszudrücken. Zum Beispiel durch ein kreatives Hobby, eine heiße neue Affäre oder mehr Leidenschaft und Augenhöhe in der festen Beziehung. Bisher habt ihr euch vielleicht oft angepasst, doch nun werdet ihr euch darüber klar, was ihr wollt und was nicht. In eurem Familienleben erhaltet ihr im Frühjahr die Chance, ein schwelendes Problem zu klären und vielleicht sogar zu heilen. Ab Juni blüht der Zusammenhalt. Im September ist eine gute Zeit, um gemeinsam etwas auf die Beine zu stellen, zum Beispiel eine Renovierung oder ein Umzug. Vorsicht vor Missverständnissen im Dezember. Wenn ihr euch gut absprecht, könnt ihr ein aktives Weihnachten mit viel Spaß erleben. Beruflich kann sich das erste Quartal noch etwas hektisch gestalten. Es gibt viele Details zu beachten und Vorgesetzte verlieren schnell die Geduld. Doch insgesamt habt ihr viele günstige Tendenzen und das Jahr kann sehr erfolgreich werden. Ab März beeinflusst euch Leistungsplanet Saturn und ihr könnt in den kommenden beiden Jahren einen Erfolgsgipfel erklimmen. Zusätzlich treiben Innovationsplanet Uranus und ab Mai Glücksplanet Jupiter eure Karriere an. Dann können sich ganz plötzlich unerwartete Erfolge einstellen. Doch das heißt nicht, dass ihr euch darauf ausruhen könnt, sondern nun geht die Arbeit erst richtig los. Mehr Verantwortung, mehr Aufgaben und mehr Errungenschaften kommen in den nächsten beiden Jahren auf euch zu. Obwohl ihr von Natur aus gut organisiert seid, werdet ihr wahrscheinlich Hilfe brauchen, um die gestiegenen Anforderungen zu bewältigen. Dabei müssen besonders die Geborenen der dritten Dekade darauf achten, nicht an Leute zu delegieren, die sich als unzuverlässig erweisen. Dank Saturn habt ihr mehr Autorität, aber ihr könnt nicht mehr selbst über alle eure Termine bestimmen. Trotzdem müsst ihr euch unbedingt auch Zeiten zum Ausruhen, für sportlichen Ausgleich und soziale Aktivitäten freihalten. Falls ihr die Firma wechseln oder nach einer Zeit der Arbeitslosigkeit wieder einen Job ergreifen wollt, ist das im Frühjahr und Sommer aussichtsreich. Zwischen dem 25. August und 15. September solltet ihr allerdings lieber keinen neuen Arbeitsvertrag unterschreiben. Das sieht nach ungünstigen Konditionen aus. Eure finanzielle Situation ist gar nicht so schlecht. Allerdings müsst ihr möglicherweise Fehlentscheidungen anderer mit ausbaden. Achtet deshalb gut darauf, mit wem ihr ökonomisch verbandelt seid. Das gilt im August auch für vermeintlich gute Freunde. Wenn ihr euch auskennt, könnt ihr dank eures guten Urteilsvermögens in vielen Bereichen profitieren. Von Aktien über Immobilien bis hin zu Spekulationen oder privaten Investitionen. Gewinnchancen beim Glücksspiel gibt es im Januar und Anfang Mai. Gesundheitlich geht es insgesamt bergauf. Allerdings machen euch die Aspekte bis Ende März noch unruhig und rastlos. Passt ein bisschen auf, denn Hektik und Stress können sich auf den Darm auswirken. Auch die Erkältungsgefahr ist im ersten Quartal noch erhöht. Saturn wird ab dem 7. März euer Bedürfnis nach Struktur und Ordnung verstärken. Tragt euch eure persönlichen Zeiten für Entspannung und Sport in den Terminkalender ein. Sie sind genauso wichtig wie eure Arbeitstermine. Falls ihr in der Vergangenheit mit chronischen Erkrankungen zu kämpfen hattet, können sich im neuen Jahr Verbesserungen einstellen. Auch alternative Heilmethoden und Heilmittel aus anderen Kulturkreisen versprechen als Ergänzung zu ärztlichen Empfehlungen Linderung. Lasst also eure Experimentierfreude ruhig auch in die Gesundheitsvorsorge mit einfließen. Den August solltet ihr zum Entgiften nutzen. Sortiert dabei auch Kosmetika aus, die zu viele Parfümstoffe und Konservierungsmittel enthalten. Dann gilt, weniger ist mehr. Euer Erdelement könnt ihr mit der Energie des grünen Tourmalins unterstützen. Das waren eure Tendenzen für 2023. Mehr und tiefer gehende Einzelheiten erfahrt ihr in unserem Jahrbuch. Und ganz wichtig, dort findet ihr auch alle Highlights und kritischen Phasen des Jahres für die Liebe, die Karriere und eure Gesundheit. Im kosmischen Überblick könnt ihr jederzeit nachschlagen, wann der Merkur rückläufig wird. Und wann die Planeten die Zeichen wechseln. Wenn ihr euch für die finanziellen und geopolitischen Tendenzen des Jahres interessiert, möchte ich euch außerdem Ray Merrimans Buch Voraussagen für 2023 ans Herz legen. Darin erfahrt ihr die Aussichten für die Aktienmärkte, Währungen, Gold, Silber, Getreide, Rohöl, die Zinsentwicklung und vieles mehr. Alle Infos zu unseren Büchern findet ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Wir wünschen euch ein besseres, friedlicheres und glückliches neues Jahr und alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr wunderbaren Vagegeborenen und Vage-Ascendenten. Das Jahr fängt gut an, denn der mächtige Saturn unterstützt euch noch bis März mit einem aufbauenden Aspekt. Auch Powerplanet Mars verleiht euch guten Schwung bis Ende März. Im Frühjahr könnt ihr deswegen Projekte erfolgreich abschließen und erlebt dadurch viel Anerkennung und Respekt. Ab dem Sommer begegnen euch Menschen, die euch Türen öffnen und euren Lebensweg bereichern. Vielleicht ist es auch der Seelenpartner. Eure Tendenzen für die Liebe sind prickelnd und voller Inspirationen. Schon ab Mitte Januar könnt ihr eine gute Zeit haben, zum Beispiel im Winterurlaub mit eurem Partner. Wenn ihr Single seid, könnt ihr auf einer Reise sportliche und intellektuelle Menschen treffen, mit denen ihr geistreich flirtet, und zwar noch bis Ende März. Bis Mitte Mai bringt Jupiter im Partnerhaus gute Impulse für eure Beziehungen. Spannend ist auch der Transit von Lilith von Januar bis Oktober. Dadurch trefft ihr neue interessante Menschen, häufig Frauen, die euch inspirieren. Vielleicht, weil sie sich politisch engagieren, vielleicht, weil sie ihr Leben aufregend anders gestalten als die Norm. Auch eure Freundinnen werden euch zu mehr Eigenständigkeit auffordern. Erlaubt euch, wilder und egoistischer zu sein. Das wird in eurem Bekanntenkreis tatsächlich gut ankommen, auch wenn ihr euch das erstmal nicht vorstellen könnt. Solltet ihr im Sommer noch Single sein, gibt es gute Nachrichten vom Kosmos. Ab Mitte Juli wandert Schicksalsanzeiger Mondknoten durch euer Partnerhaus und dadurch steigt die Wahrscheinlichkeit, dass ihr in den darauffolgenden eineinhalb Jahren einen Seelenpartner trefft. Aber auch für liierte Wagen ist das eine besondere Chance, wichtige Menschen zu begegnen, die ihnen beispielsweise beruflich Türen öffnen oder mit denen sie besondere neue Freundschaften eingehen können. Menschen, die nun auf euch zukommen, können euch auf eurem Seelenweg voranbringen und eure persönliche Entwicklung fördern. Chiron, der verwundete Heiler, steht weiterhin in eurem Partnerhaus. Deshalb werden sich wohl einige von euch um einen Partner kümmern müssen, der erkrankt ist oder aus anderen Gründen viel Zuspruch und Unterstützung braucht. Vielleicht erlebt ihr auch eine Partnerschaftskrise, verbunden mit der Möglichkeit, neu zueinander zu finden und eure Beziehungen noch zu vertiefen. Die besten Zeiten zur Klärung und Heilung von Problemen sind im März, Juli, Ende September und in der zweiten Novemberhälfte. In eurem Familienleben herrscht offenbar im Januar Gesprächsbedarf. Ab März schafft ihr es, euch beruflich so zu organisieren, dass ihr mehr Zeit für die Familie habt. Diese Lösung kann euch für die nächsten beiden Jahre gute Dienste leisten. Falls ihr in einem Familienunternehmen arbeitet, herrscht dort viel Harmonie. Vorsicht nur im November, dann bitte nicht ums Geld streiten. Das könnte zu einem Zerwürfnis führen. Im Dezember kehrt dann wieder Harmonie ein. Im Beruf kommen mehr und neue Projekte auf euch zu. Wahrscheinlich werdet ihr dafür euren Terminkalender neu organisieren müssen. Ihr fühlt euch geschmeichelt, dass andere euch mehr Aufgaben anvertrauen und ihr habt genug Selbstbewusstsein, um eure Arbeit erfolgreich zu bewältigen. Besonders vielversprechende Angebote kommen wahrscheinlich im ersten Quartal des Jahres herein. Im zweiten Halbjahr solltet ihr auf gute Beziehungen setzen. Haltet die Augen offen, wenn neue Leute am Arbeitsplatz auftauchen. Wenn ihr euch mit ihnen versteht, kann daraus eine fruchtbare Zusammenarbeit werden. Im August könnte allerdings jemand einen Rückzieher machen. Oder ihr selbst müsst die Vor- und Nachteile eines Angebots abwägen, denn manches klingt vielleicht besser, als es tatsächlich ist. Finanziell wird euer Arbeitseinsatz vor allem in der ersten Jahreshälfte mit der Möglichkeit zur Beförderung oder einem neuen Posten belohnt. Das kann mit einem höheren Gehalt oder auch mehr Umsatz verbunden sein. Die Zeit ist auch günstig für langfristige Investitionen. Größere Ausgaben solltet ihr lieber auf die zweite Jahreshälfte verschieben. Dann nämlich erhaltet ihr leichter Unterstützung durch Dritte, zum Beispiel mit Zuschüssen und Darlehen. Wenn ihr Geld von staatlichen Stellen erhalten möchtet, könnt ihr die Anträge dafür aber schon im April stellen. Ein Zugewinn ist eventuell durch eine Erbschaft möglich. Und merkt euch diese Zeiten, 26. März bis 3. April, da sind Aktiengewinne möglich. Setzt aber nicht alles auf eine Karte. Und die Zeit vom 17. bis 23. Mai verspricht eine Glückssträhne. Da solltet ihr euch ein Los kaufen. Vielleicht gibt es auch eine unerwartete Zuwendung seitens der Familie. Gesundheitlich dürft ihr euch auf ein gutes Jahr freuen. Bis zum März habt ihr viel Tatkraft und Power dank Mars. Ihr könnt diese Zeit zum Beispiel für sportliche oder reinigende Aktivitäten benutzen. Einige von euch müssen jedoch zwei wichtige Baustellen im Auge behalten. Den Darm und die Nieren. Damit das Verdauungsorgan seine Arbeit ordentlich macht, solltet ihr nicht nur auf eine Gemüse- und ballaststoffreiche Ernährung achten, sondern auch auf ausreichend Bewegung. Die Nieren müsst ihr beachten, wenn ihr diesbezüglich vorbelastet seid. Ihr unterstützt sie durch eine schadstoffarme Ernährung und viel Flüssigkeit, also Wasser- oder Kräutertees bitte, aber kein Alkohol. In der Astro-Gesundheit werden die Nieren auch mit den Themen der Waage, nämlich Liebe und Beziehungen, in Verbindung gebracht. Eine respektvolle Partnerschaft, in der Geben und Nehmen im Einklang sind, ist die reinste Gesundheitsvorsorge für euch. Entspannung findet ihr durch die Wirkung von ätherischen Ölen wie Ylang-Ylang, Neroli, Geranie und Rose, die eurer Venus-Energie entsprechen. Der Rauchquarz ist ein guter Heilstein für Waagegeborene. Er unterstützt euch dabei, die innere Mitte zu finden. Das waren eure Tendenzen für 2023. Mehr und tiefer gehende Einzelheiten erfahrt ihr in unserem Jahrbuch. Und ganz wichtig, dort findet ihr auch alle Highlights und kritischen Phasen des Jahres für die Liebe, die Karriere und eure Gesundheit. Im kosmischen Überblick könnt ihr jederzeit nachschlagen, wann der Merkur rückläufig wird und wann die Planeten die Zeichen wechseln. Wenn ihr euch für die finanziellen und geopolitischen Tendenzen des Jahres interessiert, möchte ich euch außerdem Ray Merrimans Buch Voraussagen für 2023 ans Herz legen. Darin erfahrt ihr die Aussichten für die Aktienmärkte, Währungen, Gold, Silber, Getreide, Rohöl, die Zinsentwicklung und vieles mehr. Alle Infos zu unseren Büchern findet ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Wir wünschen euch ein besseres, friedlicheres und glückliches neues Jahr und alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Skorpiongeborenen und Skorpion-Ascendenten. Langweilig wird euch im neuen Jahr bestimmt nicht, weil so viele spannende Dinge passieren, bei der Arbeit, im Privatleben oder in der Familie und in Freundschaften. Ihr könnt auch etwas Großes Neues beginnen, zum Beispiel ein lang gehegtes Herzensprojekt in Angriff nehmen und manifestieren. Die beiden großen Player, Saturn und Jupiter, unterstützen euch dabei. Liebe, Partnerschaften und Beziehungen sind ein aufregendes Feld im neuen Jahr, denn Unruhestifter Uranus befindet sich in eurem Beziehungsbereich. Ihr könnt Menschen kennenlernen, die wie ein Wirbelwind in euer Leben rauschen. Oder ihr öffnet euch für die Idee einer Fernbeziehung, selbst wenn das bisher unvorstellbar war. Möglich auch, dass ihr euch zu jemandem hingezogen fühlt, der gar nicht in euer sonstiges Beuteschema passt. Und das ist alles neu und überraschend. Gleichzeitig habt ihr noch bis Mitte des Jahres Schicksalsanzeiger-Mondknoten in eurem Partnerhaus. Das bedeutet, Seelenbegegnungen sind möglich. Ob es die große Liebe wird, ist nicht gesagt, aber sicher ist, mit diesen Menschen fühlt ihr euch gefühlsmäßig sehr verbunden. Solche Bekanntschaften können euch auch beruflich voranbringen oder euren Freundeskreis erweitern. In euren bestehenden Freundschaften kann es im Mai zu Unstimmigkeiten kommen. Doch ist das ein Grund, die Freundschaft zu beenden? Der Kosmos meint nein. Lasst unterschiedliche Sichtweisen ruhig zu. Im Grunde wisst ihr, dass ihr füreinander einsteht, wenn Not am Mann ist. Wenn ihr fest liiert seid, könnte der Eindruck entstehen, euer Schatz distanziere sich von euch. Aber das muss nicht stimmen. Manchmal geht es einfach nur darum, eingefahrene Alltagsregeln neu zu definieren. Spätestens ab Mitte Mai, wenn Glücksplanet Jupiter euer Partnerhaus betritt, zeigt sich, wohin die Reise geht. Dann kriegen auch solche Paare die Kurve, die vorher ins Schlittern geraten waren. Und für Singles ergeben sich erneut vielversprechende Möglichkeiten, eine Partnerschaft mit einem inspirierenden und herzerwärmenden Menschen zu beginnen. Viele Skorpiongeborene und Aszendenten sind eher zurückhaltend und verlassen sich am liebsten nur auf sich selbst. Wenn das auch auf euch zutrifft, bedenkt bitte, Beziehungen, Partnerschaften und Freundschaften haben in den kommenden eineinhalb Jahren eine große Bedeutung für euch. Der optimistische Jupiter hilft euch dabei, mehr Vertrauen in andere Menschen zu entwickeln und euch dafür zu öffnen, dass ihr mit ihrer Hilfe euer Leben schöner und besser gestalten könnt als zuvor. Positiv entwickeln sich auch eure familiären Beziehungen. Die Belastungen nehmen ab. Viele Dinge habt ihr in der Vergangenheit geregelt und ihr habt gelernt, das hinzunehmen, was sich nicht regeln lässt. Nur im Januar und Februar könnte es nochmal nötig sein, die Verantwortlichkeiten zu klären. Im beruflichen Umfeld mögen die Menschen eure Kombination aus Entschlossenheit und Freundlichkeit. Ihr könnt mit harten Bandagen kämpfen, aber ihr seid auch verständnisvoll, wenn Kollegen schwere Zeiten durchmachen. Ab März bildet Saturn eine stabilisierende Kraft, die euer Bedürfnis nach Struktur und Organisation in einer Zeit von Veränderungen unterstützt. Ihr müsst einen Plan entwickeln und euch dann konsequent dran halten. Dadurch werdet ihr eure Ziele erreichen, was euch viel Respekt einbringt. Von Juni bis September solltet ihr aufpassen, euch im Job nicht zu verausgaben. Plötzlich eine Urlaubsvertretung annehmen oder eine Extraschicht einschieben? Lieber nicht. Ihr braucht euren Urlaub und Zeit, um auszuspannen. Lasst euch auch keine Zusatzaufträge aufs Auge drücken, die euch unnötig stressen. Wenn man euch großartige neue Angebote unterbreitet, achtet darauf, dass ihr nicht etwas überschätzt oder dass die Gegenseite die positiven Seiten nicht übertreibt, ohne auch auf die Herausforderungen hinzuweisen. Ihr solltet jedes Angebot genau prüfen, bevor ihr eine Änderung vornehmt. Wenn es nicht richtig passt, ist es besser, die Sache sein zu lassen. Es kommen wahrscheinlich auch in eurem laufenden Job bereits genug Neuerungen vor, die euch sehr beschäftigen. Wenn ihr auf Arbeitssuche seid, ist die Zeit vom 20. Februar bis 16. März vielversprechend. Im November bekommt ihr einen Powerschub und könnt zusätzliche Geldquellen erschließen oder einen Nebenjob starten. Finanziell gibt es wohl ein paar Anlaufschwierigkeiten im Januar und Februar, aber danach kommt ihr gut durch die unruhigen Zeiten. Wenn ihr fest angestellt seid, könnte eine Gehaltserhöhung oder ein Bonus anstehen. Besonders März und April sehen dafür gut aus. Die Selbstständigen unter euch können dann ihre Verkaufsaktivitäten erhöhen. Für Spekulationen ist es allerdings nicht das beste Jahr. Orientiert euch lieber an den Maßnahmen, die bereits in der Vergangenheit zum Erfolg geführt haben. Eure gesundheitlichen Angelegenheiten solltet ihr im neuen Jahr ernst nehmen. Dann kann es ein heilsames Jahr werden. Sogar chronische Erkrankungen können sich verbessern und gelindert werden. Wenn ihr jedoch Symptome schleifen lasst, Arztbesuche meidet oder medizinischen Empfehlungen nicht folgt, kann das eine Verschlimmerung nach sich ziehen. Viele Skorpiongeborene haben eine gute Sportdisziplin. Wenn aber nicht, dann solltet ihr den April und Mai nutzen, um mehr in Bewegung zu kommen. Nordic Walking, Schwimmen oder Pilates wären ideal. Hattet ihr in der Vergangenheit schon mal mit Herz-Kreislauf-Problemen zu tun? Dann solltet ihr euch im zweiten oder dritten Quartal mal durchchecken lassen. Aufpassen müsst ihr in der zweiten Junihälfte und Mitte November. Da kann es zu Unfällen oder Verletzungen kommen, wenn ihr nicht achtsam seid. Spirituell findet ihr mehr Zugang zu euch selbst. Eure Träume und Wünsche werden euch bewusst. Dabei kann euch ein Traumtagebuch helfen. Euer Heilstein, der euer Herz und auch die Fruchtbarkeit stärkt, ist der rote Turm Alin. Das waren eure Tendenzen für 2023. Mehr und tiefer gehende Einzelheiten erfahrt ihr in unserem Jahrbuch. Und ganz wichtig, dort findet ihr auch alle Highlights und kritischen Phasen des Jahres für die Liebe, die Karriere und eure Gesundheit. Im kosmischen Überblick könnt ihr jederzeit nachschlagen, wann der Merkur rückläufig wird und wann die Planeten die Zeichen wechseln. Wenn ihr euch für die finanziellen und geopolitischen Tendenzen des Jahres interessiert, möchte ich euch außerdem Ray Merrimans Buch Voraussagen für 2023 ans Herz legen. Darin erfahrt ihr die Aussichten für die Aktienmärkte, Währungen, Gold, Silber, Getreide, Rohöl, die Zinsentwicklung und vieles mehr. Alle Infos zu unseren Büchern findet ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Wir wünschen euch ein besseres, friedlicheres und glückliches neues Jahr und alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Schützegeborenen und Schütze-Ascendenten. Trotz aller Widrigkeiten verspürt ihr Optimismus für das neue Jahr. Was auch immer an Schwierigkeiten im Raum steht, ihr habt das Gefühl, ihr kriegt das hin. Und dieses Gefühl täuscht euch nicht. Glücksplanet Jupiter beschert euch einen kräftigen kosmischen Rückenwind bis Mitte Mai. Und auch der ehrgeizige Saturn unterstützt euch noch bis zum 7. März. Und später übernimmt dann Liebesgöttin Venus und setzt die günstigen Tendenzen fort. In der Liebe und in euren Beziehungen erwartet euch ein spannendes Jahr. Ihr startet mit Rückendeckung Jupiters. Das fördert eure Beliebtheit und persönliche Attraktivität. Ab Juni übernimmt dann die Venus und begünstigt Romantik und Partnerschaften. Im Sommer weckt die verführerische Lilith Kräfte in euch, von denen ihr gar nicht wusstet, dass ihr sie besitzt. Sie regt euch an, in der Liebe Neues auszuprobieren. Und dabei erfahrt ihr mehr über eure tiefen, wilden Anteile und Instinkte. Von Januar bis Ende März befindet sich der triebhafte Mars in eurem Partnerhaus. Das zeigt vor allem männliche Verehrer an, die euch gerne necken und provozieren. Ein Spiel, das ihr als schlagfertige Schützegeborene gerne spielt. Wenn euch die Avancen allerdings nicht gefallen, müsst ihr euch schon deutlich abgrenzen. Bei den Festliierten gibt es im ersten Quartal eine Tendenz zu Beziehungskonflikten. Gleichzeitig ist die Leidenschaft groß. Da bietet sich schon mal eine Versöhnung im Bett an. Im Mai solltet ihr eurem Partner dann mal zeigen, wie wichtig euch das Zusammensein ist. Von Juni bis September erlebt ihr Monate voller Liebesenergie und Fernweh. Singles flirten erfolgreich und heiß, gerne unterwegs oder im Urlaub. Wenn ihr festliiert seid, könnt ihr neue Dimensionen der Liebe erleben, zum Beispiel auf einer gemeinsamen Reise. Im August kann es allerdings zu Unterbrechungen kommen, etwa weil sich jemand zurückzieht. Vielleicht meldet sich aber auch eine verflossene Liebe nochmal, zum Beispiel ein früherer Urlaubsflirt. Das ist dann die Gelegenheit, um Dinge zu klären, die noch offen waren und zu einem harmonischen Abschluss zu bringen. Aus eurem Freundeskreis erfahrt ihr nicht nur Unterstützung, sondern auch Inspiration. Wie wäre es, gemeinsam mit den besten Freundinnen und Freunden in den Urlaub zu fahren? Plant das am besten direkt im Januar. Ab März kommt vor allem auf die Geborenen der ersten Dekade mehr Verantwortung für die Familie zu. Etwa, weil ihr euch um ein betagtes Familienmitglied kümmern oder anderweitig Hilfe organisieren müsst. Vielleicht geht es aber auch um euer Heim und es stehen überfällige Reparaturen an. Es gibt viel zu organisieren. Am besten, ihr erstellt einen Familienkalender und schaut, wie ihr einander helfen könnt. Die Geborenen der dritten Dekade brauchen viel Empathie und Verständnis für bedürftige Familienmitglieder. Und sie sollten nur Handwerker und Pflegedienste in ihrem Heim arbeiten lassen, die absolut vertrauenswürdig sind. Beruflich könnt ihr erfolgreich sein. Im ersten Halbjahr ergeben sich neue Chancen und Aufträge. Und ihr habt die nötige Ausdauer, um wichtige Projekte abzuschließen, was euch Anerkennung einbringt. In der zweiten Jahreshälfte erreicht ihr eure Ziele mit Disziplin und indem ihr euren Plan durchzieht. Achtung nur von Januar bis März. Lasst euch dann in Meetings und Verhandlungen nicht provozieren. Jemand könnte sticheln und euch austesten. Ihr solltet unbedingt die Ruhe bewahren oder notfalls ein ernsthaftes Gespräch führen, indem ihr eure Grenzen klar absteckt. Atmet tief durch, bevor ihr Dinge sagt, die ihr später bereuen könntet. Ab dem 7. März können die Arbeitsanforderungen steigen und eure Freizeit einschränken. Möglich ist auch, dass eine familiäre Situation euch sehr beschäftigt. Der Schlüssel, um damit zurechtzukommen, ist ein gutes Zeitmanagement und vernünftige Absprachen, sowohl mit wichtigen Geschäftspartnern als auch mit der Familie, um alles zu organisieren. Achtet auch auf einen guten Ausgleich zwischen Beruf, Freizeit, Bewegung und Ruhezeiten. Wer auf Arbeitssuche ist, sollte zwischen Mai und September die Stellenangebote aufmerksam studieren. Euer Traubenjob könnte dabei sein. Aber geht ruhig auch auf Firmen zu, die keine Jobs ausgeschrieben haben. Euer Einsatz kommt an. Finanziell sieht vor allem die erste Jahreshälfte vielversprechend aus. Es könnte ein Bonus anstehen und falls ihr selbstständig seid, können eure Umsätze steigen. Davon solltet ihr dann was auf die hohe Kante legen. Für die Geborenen der dritten Dekade ist es nicht das beste Jahr, um in eine Immobilie oder Renovierung zu investieren. Es besteht die Gefahr von Fehleinschätzungen. Möglich auch, dass Feuchtigkeitsschäden im Haus oder Wohnung erhöhte Kosten verursachen. Wer die Gelegenheit hat, in Energie oder Rohstoffe zu investieren, fährt am besten, vor allem in der zweiten Jahreshälfte. Was eure Gesundheit anbetrifft, seid ihr dank Powerplanet Mars von Mitte Januar bis Ende März unermüdlich und produktiv. Allerdings neigt ihr auch dazu, euch zu verausgaben. Ab dem 7. März zeigt euch Saturn die Grenzen, zum Beispiel durch Rückenschmerzen oder Schulter-Nacken-Probleme, wenn ihr eure Kräfte nicht vernünftig einteilt. Ausgleichssport ist wichtig, aber wärmt euch vorher gut auf und macht auch Dehnübungen, sonst habt ihr euch schnell eine Zerrung geholt. Falls Probleme auftreten, ist das zweite Halbjahr vielversprechend, um die passenden Heil- und Hilfsmittel oder fürsorgliche Experten zu finden. Im Sommer heizen die Planeten eure Feuerenergie besonders an, deshalb solltet ihr scharfe Speisen mit Bedacht essen. Gesundheits-Apps können für euch zu einem echten Game-Changer werden. Spielerisch lassen sich übers Handy Ernährungssünden reduzieren und Bewegungsfortschritte dokumentieren. Probiert es doch mal aus. Euer Heilstein zur Unterstützung und Entspannung eures Temperaments ist der wunderschöne blaue Saphir. Das waren eure Tendenzen für 2023. Mehr und tiefer gehende Einzelheiten erfahrt ihr in unserem Jahrbuch. Und ganz wichtig, dort findet ihr auch alle Highlights und kritischen Phasen des Jahres für die Liebe, die Karriere und eure Gesundheit. Im kosmischen Überblick könnt ihr jederzeit nachschlagen, wann der Merkur rückläufig wird und wann die Planeten die Zeichen wechseln. Wenn ihr euch für die finanziellen und geopolitischen Tendenzen des Jahres interessiert, möchte ich euch außerdem Ray Merrimans Buch Voraussagen für 2023 ans Herz legen. Darin erfahrt ihr die Aussichten für die Aktienmärkte, Währungen, Gold, Silber, Getreide, Rohöl, die Zinsentwicklung und vieles mehr. Alle Infos zu unseren Büchern findet ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Wir wünschen euch ein besseres, friedlicheres und glückliches neues Jahr und alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Steinbock-Geborenen und Steinbock-Ascendenten. Mehr Lebensfreude heißt euer Motto. Spaß- und Herzensprojekte haben im Laufe des Jahres immer mehr Priorität für euch. Und so mancher wird sich wundern, wie ausgiebig ihr genießen könnt. Doch das Jahr hält auch gesellschaftliche und berufliche Erfolge für euch bereit, besonders nach dem 16. Mai. Dann bekommt ihr für zwölf Monate kosmischen Rückenwind durch Glücksplanet Jupiter und die Dinge werden sehr gut laufen. Vor allem aber werdet ihr optimistischer. Ihr entwickelt mehr Vertrauen in eure Zukunft und eure Beziehungen. In der Liebe stehen gleich fünf kosmische Faktoren günstig für Geselligkeit, Romantik, Spaß am Umgang mit Kindern, Kreativität und Lebensfreude. Singles haben im März und Mai besonders heiße Frühlingsgefühle und auch der Oktober und November versprechen kuschelige Flirtmomente. Wenn ihr fest liiert seid, erlebt ihr das schöne Gefühl von Innigkeit und Stabilität. Das heißt aber nicht, dass es langweilig wird. Dafür sorgt die wilde Lilith, unterstützt von Liebesgöttin Venus und dem triebhaften Mars. So kann es in der zweiten Aprilhälfte, Ende Juni und Mitte August recht leidenschaftlich und emotional bei euch zugehen. So kennt ihr euch gar nicht. Manchmal werdet ihr diese intensiven Gefühle wohl in der Auseinandersetzung ausleben. Zum Beispiel, wenn sehr unterschiedliche Bedürfnisse aufeinander prallen. Vielleicht brauchen auch beide Partner mal ein bisschen mehr Freiraum für sich selbst. Und wenn ihr dann merkt, dass ihr euch doch sehr vermisst, kann es in der Erotik wieder stark knistern. Im Juni und September solltet ihr euch Zeit zu zweit nehmen, um eure Liebe zu feiern und zu genießen. Der Oktober wäre ideal für ein Reiseabenteuer mit eurem Schatz. Auch für Singles bieten private und berufliche Reisen dann besondere Flirtchancen. Wenn ihr alleinstehend seid, gönnt euch doch im Herbst ein Wellness- und Wohlfühlprogramm. Der Dezember verspricht kuschelige Zeiten und liebevollen Zusammenhalt. Eure Freundschaften solltet ihr dieses Jahr pflegen. Ihr habt Lust auf Unternehmungen mit netten Leuten, allerdings müsst ihr wohl öfter mal die Initiative ergreifen. Im Sommer seid ihr möglicherweise so sehr mit euch selbst oder einem Liebesdrama beschäftigt, dass ihr eure Freunde ein wenig vernachlässigt. Dann wird es spätestens im Dezember Zeit, das auszugleichen. Reich an Ereignissen und Entwicklungen ist euer Familienleben. Da zeigt Chiron, der verwundete Heiler, dass im Familiensystem offenbar etwas bereinigt werden muss. Vielleicht ein Thema, das euch schon länger beschäftigt. Versucht zu vergeben. Das tut ihr nicht nur für andere, sondern auch für euch selbst. Besondere Chancen auf Heilung und Erkenntnis bestehen im März. Schicksalsanzeiger Mondknoten deutet Familienzuwachs an. Ein Kinderwunsch kann sich erfüllen oder ein Enkel kommt dazu oder eins eurer Kinder heiratet und erweitert so die Familie. Eure berufliche Entwicklung kann dieses Jahr in eine aufregende neue Richtung gehen. Ihr seid bereits erfolgreich und anerkannt? Dann könnt ihr auf neue Ebenen aufsteigen. Eine starke Motivation für den Steinbock ist der Wunsch, im Leben Großes zu vollbringen. Und das ist in den nächsten beiden Jahren möglich. Ihr könnt große Vorhaben abschließen, Erfolgserlebnisse haben und den Respekt und die Anerkennung erhalten, die ihr sucht und liebt. Das kann übrigens auch durch ein persönliches Herzensprojekt geschehen. Der Kosmos schenkt euch auch kreative und innovative Energien. Haltet deswegen Smartphone oder Notizblock immer bereit, um eure Ideen zu notieren. Eure Vorstellungskraft ist angeregt und ihr spürt nicht nur, was die Welt gerade braucht, ihr seid auch fähig, es herzustellen. Wenn ihr zum Beispiel im Marketing oder mit Text und Sprache arbeitet, etwa als Autorinnen oder Blogger, dürfte es sehr gut für euch laufen. Für manche von euch ist der Job aber auch einfach dafür da, euer Einkommen zu erwirtschaften und ihr seid fein damit, Erfüllung und Erfolge eher im Freizeitbereich zu erleben. Gelegentlich können euch Dinge unter die Haut gehen. Vielleicht erwartet ihr manchmal mehr Respekt, als man euch entgegenbringt. Oder ihr seid getroffen von der Kritik durch Personen, die nur ihren eigenen Frust an euch auslassen oder einfach neidisch sind. Schenkt denen, die euch zu Unrecht kritisieren, keine Aufmerksamkeit, denn das kann euer Selbstvertrauen untergraben. Im Grunde seid ihr beliebt und erhaltet viel Rückhalt, der das ausgleicht. Das müsst ihr nur sehen und realisieren. Achtet auch darauf, selbst wertschätzend mit anderen Menschen in eurem Arbeitsumfeld umzugehen. Finanziell bekommt ihr Aufwind ab März. Ertrag und Umsatz sind vermutlich sogar besser als erwartet. Eure Investitionen laufen gut. Wer als Trader an der Börse aktiv ist, wird vor allem ab Mai ein gutes Händchen haben. Eure Disziplin führt euch dabei zum Erfolg. Für eure Gesundheit ist 2023 ein wichtiges Jahr, um mehr Leichtigkeit zu leben. Ein Berg, der fast endlos zu besteigen schien, liegt hinter euch. Denn Transformationsplanet Pluto beendet seine Reise durch den Steinbock. Jetzt dürft ihr euren Wünschen und Träumen mehr Beachtung schenken. Gönnt euch Zeit für eure Hobbys, ob sportlich oder kreativ oder beides. Denn das bringt Lebensfreude und die ist für euch die reinste Gesundheitsvorsorge. Körperlich gilt es, die Gelenke geschmeidig zu halten. Der Kosmos empfiehlt sanfte Übungen, die Beweglichkeit von Schultern, Hüfte oder Knie trainieren, etwa beim Tai-Chi oder Yoga. Dehnübungen solltet ihr dem reinen Krafttraining vorziehen. Oder macht euch doch mal beim Tanzen locker. Auch Aromatherapie schlägt gut an. Ätherische Öle wie Ylang-Ylang, Zistrose und Zypresse helfen euch, eure innere Stimme besser wahrzunehmen. Schutz, Stärke und Konzentration verspricht euer Heilstein, der schwarze Onyx. Das waren eure Tendenzen für 2023. Mehr und tiefer gehende Einzelheiten erfahrt ihr in unserem Jahrbuch. Und ganz wichtig, dort findet ihr auch alle Highlights und kritischen Phasen des Jahres für die Liebe, die Karriere und eure Gesundheit. Im kosmischen Überblick könnt ihr jederzeit nachschlagen, wann der Merkur rückläufig wird und wann die Planeten die Zeichen wechseln. Wenn ihr euch für die finanziellen und geopolitischen Tendenzen des Jahres interessiert, möchte ich euch außerdem Ray Merrimans Buch Voraussagen für 2023 ans Herz legen. Darin erfahrt ihr die Aussichten für die Aktienmärkte, Währungen, Gold, Silber, Getreide, Rohöl, die Zinsentwicklung und vieles mehr. Alle Infos zu unseren Büchern findet ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Wir wünschen euch ein besseres, friedlicheres und glückliches neues Jahr und alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Wassermann-Geborenen und Wassermann-Ascendenten. Euer Leben bleibt aufregend und spannend. Davon erzählt Innovationsplanet Uranus, der auch euer Herrscher ist. Sein Transit zeigt Veränderungen auf eurem Lebensweg an und die sind für einige von euch bereits im Gange. Auf andere von euch kommen sie noch zu. Eure Zukunft sieht möglicherweise ganz anders aus als noch vor einem Jahr, wahrscheinlich sogar besser. Eure grundsätzlich freundliche und offene Art kommt gut an und bringt euch gesellschaftlich voran. Liebe und Beziehungen. Dank Glücksplanet Jupiter seid ihr beliebt und euer soziales Leben blüht. Ihr trefft Menschen über eure gemeinsamen Interessen oder indem ihr etwas Neues zusammen lernt. Auch direkt in der Nachbarschaft findet ihr Anschluss bei netten Leuten, etwa beim Einkaufen oder durch die schulischen Aktivitäten eurer Kinder. Ab Mitte Juli bildet Schicksalsanzeiger Modknoten einen günstigen Aspekt für euch, was in ähnlicher Weise dazu beiträgt, dass die Begegnungschancen nicht abreißen. Solche Kontakte können euch auch im beruflichen Bereich unterstützen und ein Stück auf eurem Entwicklungsweg begleiten. Chiron, der verwundete Heiler, steht ebenfalls hier und zeigt, dass auch euer Interesse an Verbesserungen in der Gesellschaft, an alternativen Heilmethoden oder der Einsatz für Schwächere euch in Kontakt mit spannenden Menschen bringt. Und auf eure bestehenden Freundschaften ist Verlass. Von Januar bis Oktober kommen noch zwei weitere äußerst prickelnde Einflüsse dazu. Die faszinierende Lilith und Liebesgöttin Venus beleben dann gemeinsam euer Partnerhaus und senden viele Impulse für ein aufregendes Liebesleben. Singles haben praktisch das ganze Jahr über aussichtsreiche Flirtchancen. Bei den Festliierten macht sich ab März ein Gefühl der Erleichterung breit und viele Beziehungsprobleme der letzten Jahre lösen sich wie von selbst auf. Vor allem die Hausgemachten, denn wenn ihr ehrlich seid, müsst ihr zugeben, dass mancher Konflikt auch von euch selbst ausging. Sollte es aber doch noch im Beziehungsgebäck knirschen, lohnt sich eine Paartherapie oder eine Trennung auf Zeit. Wahrscheinlich werdet ihr feststellen, wie sehr ihr einander vermisst. Im Juni und Juli geht es vor allem für die Singles in der Liebe hoch her. Genießt es, aber glaubt nicht alles, was gesagt wird. Und noch nicht einmal alles, was ihr selbst fühlt. Bevor ihr nach Las Vegas reist, um zu heiraten, wendet lieber die 90-Tage-Regel an und wartet drei Monate ab. Wenn dann die Schmetterlinge immer noch fliegen, ist das ein gutes Zeichen. Im Sommer könnte sich außerdem eine verflossene Liebe bei euch zurückmelden und das Feuer der Leidenschaft kann wieder auflodern. Dann solltet ihr aber überdenken, ob die Versuchung gerechtfertigt ist, vor allem, wenn ihr bereits in einer neuen Beziehung seid. Verhaltet euch ehrlich und integer, denn der Sinn dieses Aspekts ist, aus Beziehungsfehlern der Vergangenheit zu lernen. Wenn ihr in der zweiten Dekade Geburtstag habt, können sich neue Lebensumstände ergeben, etwa durch einen Umzug oder eine Renovierung. Vielleicht werden auch die Kinder pflügge und ziehen aus. Stellt eure Liebsten nicht vor vollendete Tatsachen, sondern plant Dinge, die eure Partner oder Familie betreffen, gemeinsam. Ab Mitte Mai dürft ihr seitens der Familie mit Unterstützung und Wohlwollen rechnen. Wichtig für eure Karriere ist es, dieses Jahr am Ball zu bleiben. Haltet euch über die neuesten Trends und Techniken auf dem Laufenden und signalisiert euren Arbeitgebern, dass ihr gern dazu lernt und euch fortbildet. Selbstständige sollten im ersten Halbjahr in Marketing und Kommunikation investieren. Euer Verstand ist jetzt euer größtes Kapital. Ihr habt gute Ideen, die andere interessieren. Sagt zu, wenn ihr die Gelegenheit habt, zu schreiben oder Vorträge zu halten. Falls ihr im Verkauf oder PR tätig seid, Texte schreibt oder einem Lehrberuf nachgeht, dürfte es super laufen. Im zweiten Halbjahr solltet ihr auf eure guten Kontakte setzen, um weiterzukommen. Finanziell sieht das erste Halbjahr besser aus als das zweite, legt deshalb möglichst etwas zurück. Nötige Investitionen solltet ihr bis Mitte Mai tätigen. Generell wird es im neuen Jahr Zeit, sich langfristige Finanzgedanken zu machen. Alles, was mit Vorsorge zu tun hat, solltet ihr ab März unter die Lupe nehmen. Zum Beispiel auch Versicherungen. Welche habt ihr? Welche braucht ihr? Welche braucht ihr nicht mehr? Spätestens im August solltet ihr außerdem Klarheit darüber haben, welche Sparpotenziale ihr nutzen könnt. Euer Vermögen solltet ihr konservativ verwalten. Tipp der Sterne. Falls ihr Wohneigentum erwerben oder mit Gewinn verkaufen wollt, gibt es dafür in der zweiten Mai-Hälfte vielversprechende Chancen. Gesundheitlich könnt ihr optimistisch ins neue Jahr blicken. Ihr fühlt euch wohler in eurer Haut als in den letzten beiden Jahren. Am 7. März verlässt der strenge Saturn euer Zeichen und ihr werdet merken, wie der Frühling eure Lebensgeister weckt. Im Sommer werden Venus und Lilith, euer sonst so kühles Luftelement, ganz schön aufwirbeln. Dieser Transit regt an wie Kaffee und Sekt zugleich und bringt die Möglichkeit, euren Körper neu zu entdecken. Zum Beispiel beim Genuss von Liebe und Erotik, aber auch durch einen aufregenden neuen Sport. Bei einigen von euch kann der Einfluss des unruhigen Uranus zu nächtlichen Muskelkrämpfen führen. Dagegen helfen Magnesium und ruhiges Yoga vor dem Schlafen gehen. Und tagsüber zum Ausgleich Bewegung an der frischen Luft. Ab Mitte Mai könnte euch Wachstumsplanet Jupiter verführen, euch beim Essen und Genießen zu viel des Guten zu tun. Und ihr nehmt dann schnell zu. Achtet deswegen auf eine gesunde Ernährung und gegebenenfalls auch auf eure Blutzuckerwerte. Euer magischer Heilstein ist der Chrysopass. Er hilft euch dabei, innere Weite, Gelassenheit und Unabhängigkeit zu bewahren. Das waren eure Tendenzen für 2023. Mehr und tiefer gehende Einzelheiten erfahrt ihr in unserem Jahrbuch. Und ganz wichtig, dort findet ihr auch alle Highlights und kritischen Phasen des Jahres. Für die Liebe, die Karriere und eure Gesundheit. Im kosmischen Überblick könnt ihr jederzeit nachschlagen, wann der Merkur rückläufig wird und wann die Planeten die Zeichen wechseln. Wenn ihr euch für die finanziellen und geopolitischen Tendenzen des Jahres interessiert, möchte ich euch außerdem Ray Merrimans Buch Voraussagen für 2023 ans Herz legen. Darin erfahrt ihr die Aussichten für die Aktienmärkte, Währungen, Gold, Silber, Getreide, Rohöl, die Zinsentwicklung und vieles mehr. Alle Infos zu unseren Büchern findet ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Wir wünschen euch ein besseres, friedlicheres und glückliches neues Jahr und alles Gute mit den Sternen. Hallo, ihr fabelhaften Fischegeborenen und Fische-Aszendenten. Seid ihr bereit, Meisterinnen und Meister eures Lebens zu werden? Ihr dürft euch nun dem großen Magister Saturn anvertrauen, der am 7. März euer Sternzeichen betritt. Mit seiner Hilfe könnt ihr die kosmischen Kräfte bündeln, die günstig für euch stehen und euch darauf konzentrieren, eure Zukunft zu planen und aufzubauen. Allerdings verlangt der Prüfungsplanet euch dabei einiges an Disziplin ab. Doch viele andere günstige Faktoren schaffen Ausgleich. In der Liebe schenkt euch der Kosmos schöne, romantische Energien und Flirtchancen. Ihr habt viele Gelegenheiten, interessante Leute zu treffen und aufgrund eurer sanften und hilfsbereiten Art kommen die Menschen auch von selbst auf euch zu. Im Februar wirkt ihr besonders verführerisch. Auch im März, im Mai und September flirtet ihr erfolgreich. Wichtig für euer Liebesglück im neuen Jahr ist, dass ihr wisst, was ihr wollt und woran ihr seid. Ab dem zweiten Quartal lasst ihr euch nicht mehr alles gefallen. Singles verplempern dann keine Zeit mehr mit Menschen, die von Anfang an schräg sind. Beim Flirten seid ihr wählerisch und das ist gut so. Wenn ihr fest liiert seid, könnt ihr zärtliche und innige Zeiten erleben. Förderlich dafür wäre ein Urlaub an einem romantischen Ort, am besten am Meer oder an einem See. Die Geborenen der ersten Dekade haben ab März viel zu tun und weniger Zeit, ihre Lieben zu verwöhnen. Da sind wohl einige Absprachen nötig. Gegebenenfalls muss euer Schatz mehr mit anpacken. Für manche von euch kann die Beziehung auch auf dem Prüfstand stehen, wenn Geben und Nehmen nicht mehr im Einklang sind. Wenn ihr jedoch gute Lösungen findet und die Krise übersteht, ist eure Partnerschaft nachher stärker als je zuvor. Ab Oktober betritt die wilde Lilith euer Partnerhaus und verweilt dort bis Juni 2024. Durch aufregende Begegnungen kommt ihr dann in Kontakt mit eurer eigenen wilden und leidenschaftlichen Seite, die ihr vielleicht sonst nicht so wahrnehmt oder auslebt. In euren festen Beziehungen ist dann Gerechtigkeit ein großes Thema. Seid ihr wirklich auf Augenhöhe? Im Dezember dürft ihr euch auf Harmonie und guten Zusammenhalt freuen. In eurem Familienleben ist das erste Quartal noch unruhig. Vor allem die Männer im Haushalt können nervig sein oder eine Renovierung verursacht viel Wirbel. Vielleicht ist es aber auch was Nettes wie ein neues Haustier. Im April, Juni und August sind die Tendenzen harmonisch für einen Familienurlaub. Euer Freundeskreis ist stabil. Ab Mitte Mai könnten sich neue Freundschaften mit netten Menschen aus eurem unmittelbaren Umfeld ergeben. Ladet doch zum Geburtstag die Nachbarn ein, die ihr gerne näher kennenlernen würdet. Das könnte ein guter Start sein. Beruflich müsst ihr euch zu Jahresbeginn sehr konzentrieren. Die Zeit ist mit vielen Details und Verantwortlichkeiten gespickt. Wenn euch jemand ablenkt, seid ihr womöglich verärgert oder nehmt Dinge persönlich. Doch ihr könnt davon ausgehen, dass der Spuk ab Ende März vorbei ist. Versucht deshalb gelassen zu bleiben. Grundsätzlich läuft nämlich vieles sehr gut. Ihr habt den innovativen Uranus auf eurer Seite und ab Mitte Mai auch Wohltäter Jupiter. Das heißt, ihr seid inspiriert und offen für spannende Projekte. Auch seht ihr neue Wege, wie man etwas anders, besser oder interessanter machen kann. All das kann sehr erfolgreich sein, auch in finanzieller Hinsicht. Ab dem 7. März geht Großmeister Saturn in euer Zeichen und damit beginnt eine Phase mit großen Errungenschaften, vielen Verpflichtungen und mehr Leistungsdruck. Ihr könnt jetzt zeigen, was ihr drauf habt und mehr Verantwortung übernehmen. Zum Beispiel, indem ihr eine eigene Firma gründet, wenn das schon lange euer Wunsch war. Es lohnt sich, langfristig zu denken, denn nun habt ihr die nötige Disziplin, größere Ziele zu erreichen. Wenn ihr festangestellt seid, achtet darauf, dass man euch fair behandelt. Wenn die Auftragslage zum Beispiel schlecht ist, seid ihr sicher bereit, auf bestimmte Zuwendungen zu verzichten. Verbessert sich die Lage dann wieder, solltet ihr daran aber auch beteiligt werden. Und gegebenenfalls müsst ihr eure Vorgesetzten daran erinnern. Ihr werdet sehen, dass es sich gut anfühlt, stärker in der Verantwortung zu stehen und mitzugestalten. Finanziell kommt ihr erstaunlich gut durch die Finanzkrise. Vor allem bis Mitte Mai ergeben sich immer wieder ertragreiche Geschäfte und ihr könnt sogar etwas Geld gewinnbringend anlegen. Doch bitte nicht alles. Ihr solltet flüssig genug bleiben, um unerwartete Ausgaben bestreiten zu können oder nötige Anschaffungen zu tätigen. Wenn ihr die Mittel habt, solltet ihr auch über langfristige Investitionen in euch selbst und euer Business nachdenken. Wichtig ist, dass ihr auf eine angemessene Bezahlung eurer guten Leistung Wert legt. Gesundheitlich kann der Start ins neue Jahr etwas gestresst ausfallen. Ein Winterurlaub mit sportlichem Ausgleich würde euch gut tun oder auch ein Wellnesswochenende. Ab dem 7. März wird Saturn für gut zwei Jahre zu Gast in eurem Zeichen sein. Dann dürft ihr lernen, eure Kräfte gut einzuteilen. Das Gleichgewicht zwischen Arbeit, Freizeit, Beziehungen, Ruhe und Bewegung muss stimmen, sonst drohen Müdigkeit und Erschöpfung. In dieser Hinsicht müssen besonders die Geborenen der ersten Dekade auf sich aufpassen. Es zeigt sich nun auch, ob ihr euch in der Vergangenheit seelisch oder körperlich zu viel zugemutet habt. Traut euch öfter mal, Nein zu sagen, wenn man euch um einen Gefallen bittet. Ihr braucht Zeit für euch, zum Beispiel zum Tanzen, Spazierengehen, Schwimmen oder Radfahren. Wenn ihr euch viel bewegt, werden vermehrt Glückshormone vom Körper ausgeschüttet. Kraft und Zuversicht könnt ihr auch durch euren Heilstein Aquamarien schöpfen. Ob als Amulett oder als Glücksstein in der Hosentasche, beides zeigt Wirkung. Das waren eure Tendenzen für 2023. Mehr und tiefer gehende Einzelheiten erfahrt ihr in unserem Jahrbuch. Und ganz wichtig, dort findet ihr auch alle Highlights und kritischen Phasen des Jahres für die Liebe, die Karriere und eure Gesundheit. Im kosmischen Überblick könnt ihr jederzeit nachschlagen, wann der Merkur rückläufig wird und wann die Planeten die Zeichen wechseln. Wenn ihr euch für die finanziellen und geopolitischen Tendenzen des Jahres interessiert, möchte ich euch außerdem Ray Merrimans Buch Voraussagen für 2023 ans Herz legen. Darin erfahrt ihr die Aussichten für die Aktienmärkte, Währungen, Gold, Silber, Getreide, Rohöl, die Zinsentwicklung und vieles mehr. Alle Infos zu unseren Büchern findet ihr auf der Infokarte hier und unten in der Videobeschreibung. Wir wünschen euch ein besseres, friedlicheres und glückliches neues Jahr und alles Gute mit den Sternen. Das waren meine Gedanken zum Jahreshoroskop 2023. Vergesst nicht, meinen Kanal zu abonnieren und das Glöckchen zu aktivieren, damit ihr auch weiterhin kein Video von mir verpasst. Und hier könnt ihr meinen Kanal abonnieren. Das Video mit dem kosmischen Ausblick und den Zeichen der Hoffnung verlinke ich euch hier, sobald es online ist. Ich wünsche euch ein besseres, friedlicheres und glückliches neues Jahr. Alles Gute mit den Sternen!